So, da sind wir wieder zurück zu Minecraft. Ja, wir sind ja dabei und bauen hier die Treppe um. Der Andi richtet das Lager ein mit Schildern. Äh, viel, 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 viele Sachen, die wir machen wollen in dieser Staffel. Naja, wir machen jetzt hier keine Riesenstaffel. Wir gehen jetzt einfach hier so ein bisschen aufnehmen. Weil wir wollen süchteln. Äh, eigentlich wollen wir süchteln. Wenn man ganz ehrlich ist. So. Ja, nicht vergessen, warum hat der Andi einen Minecraft-Skin, äh, einen Tomb Raider-Skin, Leute? Weil er natürlich ab, äh, Mittwoch, Andi, ne? Ja. Genau, ab Mittwoch ja Tomb Raider spielt, Leute. Ähm, ach, jetzt haben wir keine Spitzhacke. So, jetzt mach ich mir hier oben selber. Jetzt hab ich mir hier grad so ein Ding in den gestellt. Hier so einen, äh, Baukasten hab ich ja noch bei mir. Oh. So. Ähm. Ja, ab Mittwoch spielt er Tomb Raider. Leute, schaut es euch an. PC-Vision natürlich auch bei dem Andi auf Ultra, Leute. Äh, was anderes kommt bei uns nicht in, in, in Busche. Und da bestehe ich auch drauf, dass wir das sagen. Ja. Aus dem Grund, weil... Viele quasseln auch nur den ganzen Tag, dass sie Ultra spielen. Hm. Scheiße. Oh. Wenn man den jetzt weg macht, Leute, ja, und wir da einen Holzklotz reinsetzen, wie sieht das dann aus? Ja. 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 Ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie das aussieht gleich. So, ich müsste jetzt mal kurz AFK gehen. Geh du AFK. Ich lieg im... ...richter mit. Nein. Ich lock mich kurz aus, bin gleich wieder da. Mach das, Andi. Wisst ihr, der muss wieder auf Ställe Örtchen, aber das habe ich euch nicht erzählt. Dann bauen wir uns nämlich hier so einen Gang rüber. Ach, scheiße. So. Vielleicht sieht das nämlich dann gar nicht so schlecht aus. Ja, vielleicht... Also, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Gegenüber von vorher sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Dann hauen wir nämlich hier die Steine unter weg und machen uns da Holz rein. Und dann sieht die Treppe schon mal ein bisschen besser aus wie vorher. So eine richtige Lösung ist das zwar noch nicht, aber besser als gar nicht zu haben hier. Und, ähm... Ja, auf jeden Fall angenehmer schon mal. Vom Aussehen her. Und dann vielleicht auch vom Hochlaufen. Und dann halt später mal gucken, wie wir da ein Geländer rankriegen. Ähm... So. Jetzt haben wir da oben ja doch eine Stufe. Jetzt hängen wir ja hier wieder drauf fest. Was habe ich denn hier gedacht? Wenn ich schon mal denke, Leute, ne? Also, da wird nichts draus. So. Genau so war das geplant. Und dann... Ach, scheiße. Jetzt haben wir eine Treppe zu wenig. Mh... Ja, machen wir uns gleich eine. So. So. Könnte das was werden. Dann machen wir das nämlich hier komplett zu. Würde ich einfach mal sagen. Ne. Ne, 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 ne. Das war zu viel des Guten. So. Verklackt. Dann setzen wir uns hier nach dem Blumentopf rein. Mit der Treppe habe ich mir hier echt was eingebockt. Also muss ich wirklich mal sagen. Das da gefällt mir noch nicht so ganz. So ganz ehrlich bin. Wenn man da jetzt eine draufsetzt, sieht es ja auch wieder doof aus, Leute, ne? Wir gehen mal gerade uns hier ein paar Treppen machen. Vielleicht geht das ja doch anders. Vier. Dann machen wir mal acht Stück. Sollte vielleicht dann reichen. So. Da ist mir doch gerade was hier noch so eingeplumpst. Dann gehen wir nämlich hier so hoch. Und tack, tack, tack. Und tack. Zack und zack. Ja, das sieht doch auf jeden Fall besser aus, Leute, als vorher. Ja, hier kann man sich dann schöne Blume hinstellen oder so. Äh. Auf jeden Fall schon mal angenehmer, als wie es vorher war. So. Und hier können wir uns dann später einen Tisch und sowas hinstellen. Ich wollte auf jeden Fall erstmal hier die Treppe fertig kriegen so ein bisschen. Hier könnte man dann noch ein bisschen das Geländer verfeinern. Mal gucken, ob ich das von hier oben hinbekomme. Upsa. Was mache ich denn jetzt? Was habe ich denn getrunken, dass das jetzt hier nicht gerade nicht so funktioniert? So. 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 Ich glaube, der müsste da drauf, als Geländer. Dann muss der so. 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 Ach. Ist ja klar, aber wir müssen jetzt mal schlafen gehen. Mal gut, dass das Bett hier direkt neben uns ist. Zack. Eine Runde Pofen, Leute. Jam, 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 jam. Wie schön ist das Leben, wenn man im Bett liegt. Ach, guckt euch das an, wie schön das hier aussieht. Aber wir stehen leider immer noch zur verkehrten Seite auf. Das habe ich nämlich schon überlegt. Das Bett reißen wir mal ab. Oh, der Spawny ist wieder da. Juhu. So, und da wollen wir ja reingucken hier. Guck mal, Andi. Sieht doch besser aus so, oder? Tick, 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 tick. Ja. Ja, ne? Das sieht gut aus. Ist zwar der Balkon ein bisschen kleiner hier, aber wir wollen ja hier keine Partys drauf feiern. Partys werden ja oben gefeiert, ne? Richtig. So. Ja, auf jeden Fall brauchten wir noch... Ähm... Zäune. Wie war gegen den Zaun nochmal? Ich glaube so. Sechs Holz. Ja, da hat mich gerade meine Schwester doch tatsächlich mit einer Pizza überrascht. Ja, das ist doch mal was ganz Feines. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie den Zaun geht. War das nicht so? Ne. Ach, Mensch, Leute. Jetzt bin ich aber gerade hier ganz durch den Wind irgendwie. Hahaha. Sechs Stangen. Einfach sechs Stangen nehmen wir noch. Ja, sechs Stangen nur. Ach, das mit dem Holz war die Tür nämlich. Genau. So. Uh, uh. Uh. Doppeltor. So. So. Hier muss es dann noch einen höher. Würde ich sagen, sonst fällt man ja runter. Dann müssen wir hier nämlich noch einen höher. So. Ja, so ist das vollkommen okay. Danke, Andi. Bitte. Lass du fallen lassen. Ja. So. Ja, so sieht das doch schon gar nicht schlecht aus, Leute. Guckt euch das hier an. Was für eine Landschaft. Jam, 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 jam. So. Ja, unser Sanddach ist ja auch so gewornt, wie ihr das haben wolltet. War ja auch perfekt. Upsa. Uh. Upsa. Hier haben wir ja auch einen Glowstone drinnen unter der Tür. Ja, so ein paar Details haben wir ja schon. So, die Dingels habe ich fertig gebaut. Was wollte ich dann machen? Die Kisten hat Andi beschriftet. Äh, was wollte ich denn noch machen? Was habe ich denn euch vorhin erzählt? Leute, ihr macht mich doch heute ganz kribbelig hier. Ich wollte farmen gehen. Aber wann wollte ich farmen gehen? Wollte ich sofort mit dir farmen gehen? Du wolltest farmen gehen, wenn du auf jeden Fall den Balkon so weit ausgerichtet hast. Die Treppe neu gemacht hast. Und. Dann. Wolltest du den Weg hier noch verdreifachen? Ja, meint es, dass wir das wirklich machen sollen? Aber ich finde das auf jeden Fall besser, ja. Aber. Ja, weil dann haben wir fast gar keine Laufwege mehr. Oh. Naja, ich würde das auch lassen, glaube ich, oder? Ja, warte, komm her. Ich mache das mal ganz einfach. Ich stelle mir jetzt hier eine Kiste hin, so. Dann machen wir so. So. Ach, der Stein geht ja gar nicht. Den Stein muss ich nehmen hier, zack. Eine Schöp. So. Das Ding hier bauen wir wieder ab. So ein Ding solltest du dir auch immer mitnehmen. Sollst du zum Besten mit einer Holzhacke abmachen und jetzt leichter. Ja, ja. Ja. Weil wir haben uns überlegt, auf 3 zu gehen. Aus dem Grund, weil das da hinten beim Lager echt geil aussieht auf 3. Das war eigentlich der Grund, warum wir das gemacht, oder uns das vorhin gedacht haben. So. Und dann wolltest du? So das Muster machen wie hier. Ungefähr. So wie hier. Ja. Ja, weil das... Was heißt? Das sieht ja wohl besser aus dann. Ja, wir müssen hinten anfangen. Weil hinten ist der... Hier wird's ja immer weitergeführt. Das heißt, das müsste dann so aussehen. Ja, so. Ja. Genau. So, hier sieht der Kies aus, als wäre das nass wäre. Kann gut sein, dass da drunter Wasser ist. So. Das war ne Schatten, das ist das. Ja. Jetzt hab ich grad keinen... Oh, da war grad ein Enderman. Blöde Dreck, Sau. So. Genug Koppels dabei. Oh, hallo Enderman. Hat er sich verzogen? Da ist er. Ja, hier hat er einen Klotz hingestellt. Exakt. Aber lieber hinstellen, wie alles wegnehmen. Ja, oder so die Frage, wo er das her hat, ne? Ja. So, Leute. Könnt ihr euch auch zuäußern, was ihr dazu sagt? Ich find das sieht jetzt super aus. Besser als schlechter. Immer dran denken, Leute. Wir wollen die Kritik hören. Wenn's welche gibt, natürlich mal. Wenn's keine gibt, dann möchte ich auch keine hören. Andi, hast du nochmal Kies? Andi? Hab ich wieder zurückgelegt. Achso. Ähm. Dann kommt's da eins. Und da eins. Dann ist hier einer. Da einer. Und da einer. So, jetzt brauch ich... Dreimal Kies. Komm, sofort! Äh, halt. Hier muss auch noch was geändert werden. Da einer. Da einer. Da einer. Und dann... Zum guten Schluss, da noch einer. Dankeschön. So. Äh, nehmen wir das Holz mal da hin. Mein Gott, hab ich schon wieder viele Scheiße. Ich hab vorhin extra meine Tasche leer gemacht, Leute. Schon wieder voll. Kann doch nur nicht sein, jetzt hier. Äh, dann machen wir aber nicht Kies rein hier vorne. Sondern da werden wir Sand rein machen. Das sieht besser aus. Um den Abschluss zu machen. So. Check, check, check. Ja, so langsam kommen die Details. Aber ich bin am überlegen, ob wir hier nicht umbauen. Also, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier Treppe auch hin machen sollen. Nur Stufen. Plasterstein, Stufen. Ja, das müssen wir dann mal sehen, Andi. Aber ich möchte später hier einen Weg langführen. Mit Kies. Und dann hier hoch. Ja. Weil es gibt ja noch gar keinen Weg zur Terrasse. Aber das kann man später machen, Leute. Da, ich will mich jetzt auch nicht aufgeilen an Details gerade. Äh, hier ist auf jeden Fall noch ein Fehler. Nee, das sind die Falschen. So. Und dann muss der nämlich weg. Wo ist Enderman? Ja, Andi, hast du dich... Äh... Ausgestattet mit Werkzeug und so? Noch nicht, ne? Ich hab jetzt noch eine Spitzhacke. Ja, dann... Hau mal richtig rein, was mit Spitzhacke. Ich brauch auch welche. Stell mal richtig was her. Auch schippen. Und dann nimmst du schön aus Eisen. Ja. Und dann gehen wir nämlich gleich zusammen farmen. Ähm... Um in dem Sinne... Ja, weiter voranzukommen hier auch mal. Upsala. So. Machen wir mal drei Schippen für jeden. Genau. Und was weiß ich... Drei Äxte oder was weiß ich... Irgendwie so. Jetzt haben wir hier noch Erde. Das werden wir jetzt hier noch gerade reinknallen. Also bei Fragen wegen dem Shader auch nochmal hier ans Bornwenden. Der wird euch das dann nochmal erklären. Also ich hab's... Ja. Seine Anleitung wirklich geschissen bekommen. Eigentlich relativ einfach. Genau. Erklär's hier nochmal im Video gerade, Andi. Genau. Mach das mal. Wirst du hier im Video nochmal erklären? Ja. Keine Ahnung, wie das geht. Nein, dieses... Diesen... Wir haben das vorhin zwar schon mal in dem einen Video gesagt, aber... So gesehen musst du einfach nur dazu... Also dafür sorgen, dass Minecraft einigermaßen auf... Normal Standard gestellt ist wieder. Dann lädst du dir halt... Das schöne Minecraft Version Changer. Findet man so im Internet bei Google. Ist ganz leicht zu finden. Das ist dann praktisch auch eine Datei, um Minecraft zu starten. Da hast du dann links verschiedene Minecraft Versionen. Da kannst du dann ganz einfach Minecraft 1.47 anklicken. Und dann hast du in der Mitte eine Spalte mit ganz vielen Add-ons. Da suchst du dir Optifine und Zeus Shader aus. Nur Optifine und nur Zeus Shader. Da musst du natürlich von Hannibal das neueste Update drauf installieren. Und dann einfach das Spiel starten. Genau. So einfach. Eigentlich keine Änderungen gemacht werden. Genau. Aber das müsst ihr halt... Oh scheiße, das war falsch. Und da oben hat er nämlich Holzbretter geschrieben. Jetzt müssen wir das hier nämlich wieder rausnehmen. Du hast keine Holzarten gemacht, ne? Okay. Nein. Okay. Weil ich bin nämlich jetzt hier gerade ein bisschen am einsortieren. Was haben wir jetzt hier noch? Kies. Wo hast du Kies? Pflastersteine. Kies ist hier. Kies dahin. Sand. Ähm. Ja. Ja. Ja.